hallo liebe freunde und willkommen zu einem neuen video und zwar werde ich euch heute meine clash of clans spielstände zeigen und wir oben links am namen sehen könnt heißt sich thomas 4 das heißt ich habe vier accounts und die habe ich mir gedacht zeige ich euch heute mal erst mal in welchem clan bin ich ja viele fragen mich wohl in welchem klar nicht weil clash of clans bin auch bei instagram haben mich viele gefragt und hier seht ihr es ich bin in dem clan clan räuber ist ein ganz cooler clan und da bin ich jetzt und ja und ich zeige euch heute meine vier verschiedenen accounts ja ich habe vier accounts das hier ist mein vierter da bin ich am aller schlechtesten level 24 richtig schlecht aber der hier ist am computer und daher kann ich hier aufnehmen und mal bei meinen anderen accounts nicht und zwar hier ist mein vierter account also ich würde sagen ich beginne mal mit meinem ersten wo ich am besten bin und das ist hier wartet mir thomas ihr seht thomas das hier ist mein allerbester account und den besuchen wir mal so das hier ist mein erster account heißt thomas ja spiele ich auf dem ipad und bin hier schon richtig gut wie ihr seht habe hier auch schon level 6 truppen und ja ich habe riesen level 6 books level 6 und mehr kann ich leider in diesem labor noch nicht machen aber gut auf jeden fall ist das hier mein erster account auf dem ipad liebe freunde dann mein zweiter account ist logischerweise thomas 2 das ist auf einem auf meinem wie heißt es huawei handy und zwar hier thomas 2 klar zweiter account wir suchen mal das hier ist mein zweiter account und ja leute das ist mein zweiter hier bin ich auch schon level 69 aber wie gesagt noch nicht so gut wie bei meinem ersten account und ja ist auch nicht schlecht für meinen zweiten account und ja dann kommen wir zu meinem dritten account ja thomas 3 logischerweise so leute thomas 3 wo ist es da hier thomas 3 besuchen und ihr seht hier bin ich noch nicht so wirklich oh nein hier wurde ich gerade zerstört und das ist mein dritter account das heißt ich habe vier accounts bei clash of clans dieser account ist immer auf meinem iphone und ja und thomas 4 ist wie gesagt auf dieser account thomas 4 ist auf dem pc von mir so habe ich euch das alles bisschen gezeigt und hier upgraden wir zum beispiel einen schönen lagerplatz und ja wie gesagt kommt in den klaren klaren räuber ich kann euch echt richtig gute truppen geben ich kann euch hexen geben ich kann euch was auch alles geben ich kann euch richtig viel geile truppen geben kommt in den klaren klaren räuber und ja ich hoffe es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten paar liebe freunde Ciao, Leute. Ciao, Leute. I want you to read all this in. 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 manos und Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020